Hallo, in dieser Late-Night-Show reden wir über Candlekeep Mysteries, den neuesten Band für Dungeons & Dragons in der fünften Edition, über den blutigen Freiheitskämpfer-Comic Little Bird und über zwei neue Comics für Donjon, die Enten-Fantasy-Reihe. Falls euch aufgefallen ist, dass im Studio hinter mir Teile fehlen an der Wand, das liegt daran, dass wir demnächst wieder umziehen, in drei Wochen ungefähr. Nicht weit, aber das heißt trotzdem, dass all der Krams hier wieder in Kisten verbracht, woanders hingetragen und wieder ausgepackt werden muss. Und wir fangen schon mal an, damit Dinge von den Wänden zu klauen und aus den Regalen zu fischen. Ich hoffe, ihr könnt den weißen Raum hinter mir verzeihen. Und konzentriert euch mit mir zusammen auf die Bücher, über die wir heute reden wollen. Den Anfang macht dabei Candlekeep Mysteries, so in der regulären Version, so in der schicken, limitierten Cover-Version, die sich inhaltlich logischerweise nicht unterscheidet, aber einen sehr, sehr putzigen kleinen Beholder auf der Rückseite hat. Candlekeep Mysteries ist, zu dem Zeitpunkt, wo wir das gerade aufnehmen, ungefähr vor zwei Wochen erschienen und ist der neueste Band, den es für Dungeons & Dragons in der fünften Edition gibt. Und wir sprechen hier selbstverständlich über die englische Version, weil das die einzige ist, die bisher existiert. Candlekeep Mysteries ist weder ein Regelband noch eine Kampagne, sondern es ist eine Sammlung von 17 kurzen Abenteuern. Diese sind gestaffelt für Stufen von 1 bis 16 spielbar mit zwei Abenteuern für Stufe 4 und bilden eine Reihe von kurzen Geschichten, die nur über eine einzige Eigenschaft zusammenhängen. Sie alle beziehen sich jeweils auf ein Buch aus Candlekeep, der großen Bibliothek an der Schwertküste, die man nur betreten darf, wenn man ein neues und interessantes Buch mitbringt. Jedes Abenteuer ist nach seinem jeweiligen Buch benannt und als Einleitung des Bandes erhalten wir eine Beschreibung von Candlekeep selbst mit seinen verschiedenen Zonen für Gäste und Eingeweihte, einem kurzen Abriss über den Orden, der die Bibliothek führt und wie die ganze Anlage Türme aus verschiedensten Sphären und Welten miteinander zusammengeklaut hat. Hinzu kommt eine Handvoll NSCs, die als Ansprechpartner und Begegnungen dienen können. Da Candlekeep oder Kerzenburg den allermeisten aus den Baldur's Gate-Spielen bekannt sein dürfte, macht es Sinn, diese Auffrischung zu geben, denn das in Anführungsstrichen echte Candlekeep ist deutlich mehr High Fantasy und viel abgefahrener als die Version aus dem PC-Spiel. Für die Abenteuer selbst wurde eine bunte Bandbreite an Schreibenden herangezogen. Neben Veteranen sind auch Erstlingsautoren dabei, die teils als Streamer oder Podcaster aktiv waren. Das heißt auch, dass sich jedes Abenteuer anders liest und etwas anderes erzählen will. Zwar beginnt immer alles mit einem Buch, das mysteriös, magisch, gefährlich oder und das gleich zweimal ansteckend ist, aber danach geht es teils in Candlekeep selbst, mal in Baldur's Gate, mal in anderen Welten und mal ganz woanders in den vergessenen Reichen weiter. Dabei wird nur dreimal auf Das Buch bildet ein Portal in eine andere Welt, einen anderen Ort zurückgegriffen. Ansonsten wird bei den niedrigstufigen Abenteuern das Reisebündel geschnürt oder bei den Hochstufigen der Teleportationskreis bemüht. Und dann muss ein Diebstahl oder ein Mord aufgeklärt, eine Minenstadt wiederbelebt, ein Dorf befreit, ein Fluch gebrochen, eine Krankheit besiegt oder ein Golem zu seinem Meister geführt werden. Es ist angenehm, wie oft dabei Wege gewählt oder wenigstens gesucht werden, um von einer Kurzabenteuer-Standardformel abzuweichen und verschiedene Optionen zur Konfliktlösung zu finden. Direkt mit Abenteuer 2, Masroth's Mighty Digressions von Alison Huang, liegt es gänzlich in Hand der Spielenden und ihrer Charaktere, ob sie einen Betrug blutig ahnden oder mehr herausfinden und das Problem vielleicht ganz anders angehen wollen. Andere Favoriten sind Candlekeep Deconstruction von Amy Vorpal, das mit einem türmestehlenden Kult in Kerzenburg zwar unglaublich abstrus und albern, aber auch immens unterhaltsam ist. The Canopic Being von Jennifer Kretschmer voll mit ahnungslosen Hellsehern und Body Horror und Alcazars Appendix von Adam Lee, das epische Entdeckungen in der Wüste bereithält und unter Umständen ebenso epische Auswirkungen auf die Welt. Außerdem habe ich mich persönlich über The Book of Inner Alchemy von Daniel Kwan gefreut, dass Klischees aus Wuxia-Filmen, Mönche und tatsächlich die namensgebende Innere Alchemie miteinander verbindet in einem Abenteuer. Der Innere Alchemie ist ein Begriff aus dem Taoismus und vereint Vorstellungstechniken, Metaphysik und Meditation und meine Zwischenprüfung lässt grüßen. Wenn man sich schon ziemlich direkt bei realen Vorbildern bedient, dann sollte man es so machen mit Ahnung, mit einem Augenzwinkern und vor allen Dingen mit großer Liebe zu den Vorbildern. Es gibt auch schwächere Parts. The Law of Lurue von Kelly Lynn D'Angelo lässt die Charaktere eine historisch-mythische Begebenheit nachspielen und zieht ihnen im wahrsten Sinne des Wortes den Weg unter den Füßen weg, wenn sie ihn verlassen wollen. Was das Geschehen trotz seiner Bedeutung ziemlich wirkungslos macht. Bei Book of Cylinders von Graham Barber hat der Autor sogar gebeten, bei weiteren Auflagen seinen Namen wegzulassen. Die Geschichte um die Rettung eines Dorfs der Grippli, Humanoider Froschwesen, ist laut ihm um alle guten Teile gekürzt worden und die Verwendung des Wortes Primitive für zwei Bauwerke der Grippli stieß ihm übel auf. Tatsächlich wirkt das Abenteuer auch so, als würden ihm Teile fehlen. Es gibt Gute und es gibt Böse, aber wer was genau macht und warum, da blickt man nicht so richtig durch, beziehungsweise das wird einem gar nicht so recht geliefert. Ich habe mich auch ein bisschen umgehört, und das heißt von Freunden und Bekannten, die im englischen Bereich arbeiten, dass es üblich ist, dass Abenteuer ohne Rücksprache gekürzt werden und dass, wenn man mehr schreibt, als angefordert wurde, es auch automatisch zu Kürzungen führen wird. Wirklich bewerten kann ich die Situation allerdings natürlich nicht. Ich kann nur sagen, dass, wie auch immer es dazu gekommen ist, im Endergebnis eines der schwächeren Abenteuer des Bandes dabei herausgekommen ist. Und ganz persönlich kann ich Ärger über Kürzungen und dergleichen durchaus nachempfinden, wobei ich sagen muss, es sind von mir Sachen, die veröffentlicht worden sind, sind gekürzt worden und sie sind auch geändert worden. Aber zumindest habe ich immer eine Rückmeldung darüber bekommen, dass das passiert, warum es passiert, oder sogar die Möglichkeit, die Kürzungen selbst vorzunehmen. Aber offensichtlich sind die Standards da international anders als hier in Deutschland. Insgesamt ist der Band Unstimmigkeiten, Kürzungen und die große Menge verschiedener Schreibender zum Trotz größtenteils gelungen. Das Lektorat hat gut gearbeitet, die Texte sind angenehm zu lesen und die stärkeren Abenteuer machen die schwächeren wieder wett. Wie immer ist allerdings zu viel an Information nur in Fließtexten vorhanden und erfordert eifriges Blättern und Nachlesen. Immerhin bei so kurzen Abenteuern nicht über den ganzen Band. Es bleibt die Frage nach der Nutzbarkeit. Die Abenteuer lassen sich am besten in andere Kampagnen einstreuen. Es gibt auch Kurzhinweise, zu welchen anderen Bibliotheken, in anderen Settings die Grundidee passen könnte und auch in einigen der höherstufigen Teile Ideen dazu, wie sie als Foreshadowing für eine eigene Kampagne genutzt werden können. Sie in Sequenz zu spielen ist eigentlich nicht vorgesehen und teils können in einem Abenteuer gewonnene Dinge spätere Probleme direkt wieder aushebeln, wie ein Wunschzauber, den man unter Umständen erhalten kann. Die wenigsten werden also alles in diesem Buch verwenden. Aber bei all der Fantasie und der großen Bandbreite an verschiedenen Dingen, die hier geboten werden, habe zumindest ich jetzt tatsächlich Lust, eine Kampagne rings um Candlekeep zu leiten, die sich aus diesen Abenteuern bedient. Aber vielleicht ist das auch nur meine persönliche große Neigung zu Bibliotheken. Insgesamt sind das 8 von 10 möglichen Punkten für uns mit der klitzekleinen Warnung, dass es für die allermeisten Leute ein Buch sein wird, aus dem man sich nur sporadisch bedient und einzelne Sachen rausnimmt, um das man nicht von Anfang bis Ende durchspielen wird. Das war unser Part zu den Rollenspielen für heute. Wechseln wir zu den Comics. Ich lege mal sehr vorsichtig meinen Beholder hier zur Seite. Beginnen wir mit Little Bird, einer Geschichte in der Apokalypse mit einer Freiheitskämpferin und extrem viel Gekröse. Little Bird ist vermutlich das am schwierigsten zu rezensierende Buch, das wir hier eine Weile hatten. Es ist ein düsteres Endzeit-Sci-Fi-Horror-Epos mit einem absolut faszinierenden, offenbar von Möbius inspirierten Artstyle und unglaublich viel Blut und Gewalt. Worum geht's? In den USA herrscht der neue Vatikan. Ein Orden religiöser Fanatiker, der denen von einer Seuche und Mutationen geplagten Menschen Erlösung und Heilung verspricht, aber mit eiserner Hand herrscht. Kanada wurde von den USA und den Truppen des Vatikans annektiert, aber es gibt natürlich auch Widerstand, unter anderem aus dem Lager der First Nations. Die Titelheldin, Little Bird, wird vor einem Angriff der Gotteskrieger von ihrer Mutter versteckt und überlebt so als einzige das Massaker. In der Folge hat sie die Mission, ihren Großvater aus einem Gefängnis für Mutanten zu befreien. Der alte Mann, der nur als die Axt bekannt ist, hat nämlich Regenerationsfähigkeiten auf Wolverine-Niveau und ist somit der perfekte Kämpfer gegen das Terrorregime des neuen Vatikans. Es beginnt eine blutige Heldenreise durch eine faszinierende Endzeitwelt, in der Little Bird mehr über ihre Mutter und deren Verbindung zu den religiösen Fanatikern herausfindet, Verbündete, Feinde und Verräter trifft und am Ende nach einigen tatsächlich krassen Twists versucht, das System zu stürzen. Die Story ist damit in Grundzügen archetypisch, die Umsetzung aber nicht nur optisch extrem originell, atmosphärisch und verstörend. Die Dialoge verblassen fast bei der Opulenz der Illustrationen, die zwischen moderner Superhelden-Ästhetik und klassischem Möbius-Surrealismus schwankten. Aber auch die Texte sind pointiert, geschliffen und unterstützen die Action oder den Horror des Settings. Little Bird ist um die 200 Seiten stark und dabei nur der erste Teil einer längeren Erzählung. 2020 wurde dieses Werk mit dem Eisner Award ausgezeichnet und natürlich kann man diesem höchsten Lob der Comicszene nicht mehr viel hinzufügen. Außer einer Warnung, dass die Gewalt hier wirklich auf einem anderen Level steht als bei den Bänden, die wir sonst besprechen und dass das deswegen besonders intensiv ist, weil die Geschichte so eindringlich beklemmend und fessend erzählt wird. Es ist teils nicht angenehm, das zu lesen, aber immer faszinierend. Wer sich von bluttriefenden Panels nicht abschrecken lässt, kann 9 von 10 Punkten für Little Bird abspeichern. Zu guter Letzt haben wir zwei Bände für unsere liebste Enten-Fantasy-Donjon. Wir haben ja nun schon mehrfach drüber gesprochen. Unser Lieblings-Comic-Thema Donjon ist zurück. Nach einer viel zu langen Pause haben die Schöpfer Trondheim und zwar neue Geschichten aus dem Enten-Fantasy-Comedy-Universum erdacht, um die eigentlich abgeschlossene Story vorzusetzen, mit Prequels zu versehen und die Lücken zu stopfen und offene Fragen zu klären. Was ist Donjon? Wir haben es jetzt schon oft erklärt und daher auch ein Hintergrundvideo dazu in der Beschreibung verlinkt. Kurz, Donjon ist die epische Erzählung des Planets Terra Armata über viele Jahre und Jahrhunderte hinweg. Im Mittelpunkt steht der Donjon, also eine Kerkerfestung, ein Dungeon, der von einer kleinen, spröden Eule gewinnbringend betrieben wird. Ihr seht schon, warum wir das mögen. Donjon ist schwarz-humorig, clever, düster, episch und hat eigentümliche Magieregeln, denen sich die ganze Story unterordnet. In den beiden neuen Bänden, Donjon zu ihrem Gedenken und Donjon Monster wach auf und stirb, bekommen wir erneut Einblicke in die Epoche vor dem großen Kataklysmus, der Terra Armata im Zyklus Abenddämmerung befällt. Zu ihrem Gedenken ist dabei eine Story aus der Sicht der Hauptfigur der Reihe. Der Ente Herbert von Vaucanson. Dennoch trägt sie relativ wenig zum großen Metaplot bei, sondern wir haben hier einen reinen Nebenplot. Herberts Drachenkumpel Marvin will heiraten und Herbert soll das Marvins Mutter erzählen. Da kommt leider ein Mordfall dazwischen und auf einmal muss Herbert unter den Drachen als Ermittler auftreten und gleichzeitig den Mord geheim halten. Diesen Bann kann man gut losgelöst vom Rest der Geschichte lesen, auch wenn dann viele Fragen zu den Kräften der Helden offen bleiben. Gezeichnet ist das wieder wunderhübsch, jedenfalls für den kruden Donjon-Stil von Boulet und natürlich humorvoll wie Sau. Der Monsterband wach auf und stirb ist weniger lustig, dafür aber essentiell für den Metaplot. Es geht abermals um Herbert und Marvin, aber die Geschichte wird aus der Sicht von zwei Charakteren erzählt, die zu diesem Zeitpunkt schon tot sind und als Untoter erhoben werden. Wenn wir uns nicht täuschen, wurde bisher nicht geklärt, wie diese Figuren zu Tode gekommen sind, aber es liegt zwischen den Bänden auch eine gewaltige Zeit. Die Untoten bieten uns eine ungewohnte Perspektive auf eine epische Schlacht um das Schicksal des Planeten und ein weiteres Mosaikstück im Donjon-Plot. Humor ist hier auch vertreten, er ist aber knochentrocken und finster. Das dazu passende Artwork und vor allem das extrem düstere Ende lassen vor allem langjährige Fans der Reihe deprimiert zurück. Beide Bände sind aber trotzdem eine tolle Ergänzung für die Donjon-Welt und verdienen 8,5 von 10 Punkten. Das war's für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und mir bleibt es am Ende wie immer übrig zu sagen, falls ihr euch umtun wollt auf unserem Kanal, wozu ihr natürlich herzlich eingeladen seid, nutzt die Playlists. Wir haben Unmengen an Videos angehäuft, aber wir geben uns auch alle Mühe, euch dabei zu unterstützen, das zu finden, was ihr sucht und deswegen gibt es zum Beispiel auch spezialisierte Playlists für Einsteiger in das Thema Rollenspiel oder für Einsteiger in bestimmte Systeme. Ich bin mir sicher, ihr werdet euch da zurechtfinden. Und ebenfalls für die Ordnung haben wir inzwischen einen zweiten Kanal, auf dem die länger laufenden Let's Plays ein wenig abgewandert sind. Das heißt, die ganzen Kampagnen von den Fällen, wo wir wirklich vor der Kamera etwas spielen, um zu zeigen, wie es funktioniert, die finden sich unter Orkenspalter-TV spielt. Schaut da doch auch mal rein und lasst ein Abonnement da. Wir würden uns freuen. Und generell, vielen, vielen Dank, dass ihr reinschaut und vielen Dank an alle unsere Unterstützer, die es so möglich machen, dass wir ein Studio haben, auch wenn wir es gerade wieder abgebrochen haben. Macht's gut, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.